So, hier sind wir wieder. Wir müssen dann noch diesen Polizeichef da, glaube ich, ausschalten. Ja, fahren wir mal zu der Insel. Ah, ich geh zuerst mal da rüber. Bisschen taktisch vorgehen. Taktisch, aber nicht leise. Hat aber Bescheid niemand gehört. Na toll. Ich bin zu dümpfen im Boot. Aufmstehen, ja. Ich mein's. Ah, endlich. Okay, mal schauen, ob's irgendwas gibt. Ja. Äh. Ach, Molotov-Cocktails hab ich schon voll. Zwei. Ich mal da rüber, das sind noch welche. Gucken, ob die irgendwas zu verbergen haben. Ach, ich komm natürlich nicht hoch. Ich hab mich noch mal auf. Oh, nee. Okay, Crust du. Ich bin jetzt noch Push-U. Okay, ich bin jetzt noch mal weg. Wo ist es mit der Angelegenheit? Das ist mir, was ist. Bis jetzt, da nicht weiter. Was ist es mit der Angelegenheit? Ich bin jetzt. Ich bin nicht mehr. Wie ist das? ich komme natürlich nicht raus ich hoffe man hat mich noch nicht gesehen hat uns ein schleich geht auch noch kaufen ja immerhin in dem spätigkeitsmodus sollte man aufpassen was man macht gut haben wir hier irgendwas ja Munition sonst nichts noch mehr munition ich denke mal für die Pistole nein ok dann fahren wir mal auf die Insel Juhu geschafft ah da habe ich schon geschaut ähm ja dann schleichen wir uns mal leise rüber oh wie viele da rumlaufen und einer hat mich schon gesehen k und Game Over Komm her komm mein letztes mal spüle bevor ich dich kalt mache hot flach dich flach dich ich habe dich gesehen du bist nichts und wenn ich mit dir feindlich bin bist du gar nichts mehr komm her komm her komm her komm her Ja, wie viele Pugeln der aushält. Ob ich das anzünden kann? Ja, toll. Ich habe ja noch einen langen Werfer. Ja, schaut so aus. Ja, okay, schaut nicht so aus. Scheiße. Okay, dann werde ich mit meinen Zuhanskisten suchen müssen. Na toll. Ich habe keine Spritzen mehr und bald keine Munition mehr. Ah. Ähm, sonst noch irgendwas trinken? Nein. Schade. Okay. Dann erkunde ich Ihnen ein bisschen, wenn die nicht wissen, wo ich bin. Ähm. Wasser. Sehr schön. Hier kann ich wohl nicht rein. Ich denke, ich komme hin. Das war's für einfach. Ich bin der Zuhans. Ah. Oh, nee. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ja, wir kommen. Ah, da kommt einer. Zwei. Ja, brennt. Kann ich mir den Muni nehmen. Okay, dann gehen wir mal zu der Hütte, wo der ist. Geh geradeaus. Oh. Wo denn? Ach, da oben. Also, die Schultflinte gefällt mir allmählich extrem gut. Ja, in die Hütte müssen wir rein. Ähm. Hier irgendwas. Nein, aber ich höre Schritte. Und hier geht's nach oben. Medizin. Wer weiß, was hier noch auf uns wartet. Ja, das ist wohl nicht weg. Vielen Dank.